Wir sind das Team in der ESA, das sich mit dem Problem des Weltraumschrotts beschäftigt, sowohl mit der Erforschung, der Erfassung und auch der Lösung des Problems. Es ist ein environmentales Problem, wie Klimaschutz. Diese Woche wird das Leben nicht verändern, aber es wird über Jahrzehnte verändern. Sei es Navigation im Auto, sei es die Wettervorhersage, Klimaforschung, Fernsehübertragung, Telefongespräche, vieles geht über Satelliten und wir müssen uns klar sein, dass diese Infrastruktur im Raum momentan in Gefahr ist. 109-14-Mediax-25 on Confime House